Ja, heyho! Und willkommen zurück zu Let's Play Bastion. Wieder mit Kit dabei und seinem Steuererlenker. Seinem... Gott! Äh, nein. Nein, mit Liffeld natürlich. Zack! Oh, ich hatte Probleme für einen einzigen Schaden. Aber du weißt was? Es war wert. Okay, wenn du das sagst. Ähm, nö, nicht wachen kann man. Uh, so. Schmiede! Für den Spieß. Oh! Ah, wie geil ist das denn? So ein Schaden über 250% mehr Schaden. Arrows like that can practically find their own way. Nice. So klappt das also. They said Queen Anne was just an Opetail. Now there's living proof she ain't. Richtig, die war alles andere als ein Märchen. Vlad Gator's a crazy gal. So was the gal that promised to her to capture her. Still no male. Well, go figure it. Ah, wie süß ist das denn? Never could ask for a song. Ah, Fuß, okay. Und komm. Wie cool ist das denn? Sehr, 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 sehr amüsant auf jeden Fall. Und wir haben wieder ein neues Übungsgelände. Das Übungsgelände würde ich aber einen an einem anderen Punkt machen, aber nicht jetzt. Nein, jetzt gehen wir erstmal zum Punkt des Le Maine. Punkt des Le Maines Grands Rail. Once brought the riches of the wild right to our doorstep. Ah, okay. Na, wenn du das sagst, Meister. Äh, dann gehen wir da doch mal hin. Die Ura lebten ja hundertelang eine riesige Unterschiede als bei den Tarsalschächten. Warum musst du denn das schnell lesen? Nohow, Ceylandia, became the richest city in the world. Two words. Point Le Maine. Okay. Ah, ich habe vergessen, meine Waffen zu tauschen. Oh, das ist das Ull. Na gut. Ich versuch's trotzdem, mich hier durchzukämpfen. Ah, ich kann nichts garantieren. Äh, ja. Oh, sieht sich aus Neues. Ein Armee-Karabiner. Na, probieren wir das doch mal aus. Ähm. Oh Gott, nee. Oh Gott, bitte nicht. Nein, ich finde es... Okay, ich will meinen Bogen wiederhauen, bitte. Oh Gott, wie ätzend ist das denn jetzt? Kämpfe ich mich jetzt echt mit so einem Scheißzeug hier durch? Ich will nicht. Ich kann es nicht mal one-shotten. Ich meine, vielleicht später, wenn ich genug, äh, Punkte dafür habe, aber im Moment halt noch nicht. Oh Gott, ich weiß. Äh. Ich bin wirklich. Ich bin wirklich. Äh. Um. Oh Gott, ich hoffe es wird nicht so ein nerviger Bossfight wieder Sooo, was ist denn das hier eigentlich? Aua, habe ich nie aufgepasst mal wieder Sooo, meine Fresse Ach, die Dinger kann ich einfach drüberlaufen, dann kann ich, ah, okay Und kann sogar Rettungstherum aus denen erhalten, sehr schön Okay, das klappt wohl offensichtlich nicht Die expansive Footwork on the rail, what with Wallflowers, Koffen, Fungus everywhere Hm, ne, ich geh es mal hier runter Aua Das ist eigentlich cool an dem Speer Okay Okay Was ist das für ein Ort, bitte? Aua Fick dich Ach, danke Kriege ich jetzt bitte meine Kriegs- nein, nicht meine Kriegsmarite, bitte meinen Bogen wieder Stopp, 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 soo Den Spieß, obwohl den behalte ich glaube ich erstmal noch Der ist gar nicht mal so schlecht unbedingt Das meiste mache ich ja sowieso mit dem Bogen Aber ab und zu mal die Möglichkeit zu haben, auch auszuweichen Ist mit Sicherheit keine vollkommen schlechte Idee Okay, okay One shot Ich glaube der hat eine recht gute Okay, so maybe we didn't get their sign off on the whole Grand Rail thing That was bad Na, kommt, kommt, kommt Ja, kommt, kommt, kommt Nein! Nein! Au... The rail must have shook the arrow to the bone down in those dens of theirs. Huh? Böse. Well, the rail won't last much longer now that the kid took the shard. Es hat immer noch einen guten Rund in Ordnung. All die roten Wurzeln, die auf den Räumen sind, wird es in Schwammweed-Central. Ever versucht es zu tanzen, während du dich in den Augen hast? Während du Schwammweed-Central? Ja? Wo ist er? Was aufwendiges. Stopp! So. Und dann kann ich leben. ein bisschen Sumpfgras rauszuziehen. Und noch ein Bossfight, natürlich. Abgeschlossen, die Bringer. Ah, doch noch ein Überlebender. Hier bist du. Dann wamm. Hau mich aber um. Der hat mich umgehauen. Jetzt kommt der Mann lange weg, aber etwas anderes ist da. Die einzige Worte, die ein Kind auf dem Parchment erkennt, sind vier Zier. Na, ok. Was hat ein Kind zu tun? Ja, was hat ein Kind zu tun? Zu Zier zu tun, natürlich. Ich spiele noch eine Gere. Ich spiele noch ein Kind. Ja, ich spiele noch ein Kind. Ich spiele noch ein Kind. Das Kind ist im Gegensatz. Okay, Zulf. Findings gourmet ingredients ain't easy these days, but we'll take a week and get it. So, echt immer obskurer hier. Schon wieder ein irgendwer, also der eine Nachricht überbracht hat. Ob's nun Zulf selber war, kann ich nicht sagen. So, wir sollten vielleicht auch mal den Splitter einbauen. Und ich kann den nächsten Laden reaktivieren. Beziehungsweise erweitern. Es stimmt ja nicht mal, ich kann nicht... Ich reaktiviere ihn ja nicht, ich erweitere ihn. Ich fühle mich schon mal, was es hier im Waffenlager bedeutet. The arsenal is complete, in case we need protection. Hm? Da, Trepperschlinge. Ein ausgefalltes Fallen, seit es plötzlich ausspringen und er sämtliche Ketten in der Nähe ist. Mhm. Oh, das Ding werd ich, glaub ich, mitnehmen. Das gefällt mir doch ganz gut. Der Schleicherspieß. Naja, bei dir bleib ich erst mal noch, allerdings muss ich dich denn mal aufwerten gehen. Der Junge ist nicht immer interessiert für fanzösische Schäden und Dinge. Ein Ball und ein Pei können alles gut machen. Äh, Spieß. Fangen wir doch mal an. Schnelleres Wurfen nachladen interessiert mich nicht. Gut. Und bevor wir hier weitermachen, kann ich ja nochmal eben rüberlaufen und gucken, ob wir was im Fundbüro noch haben. Äh, Hochsprung. Oh, das ist cool. Den nehm ich. Oh, hier hab ich das Schafes schon wieder gefunden. Sehr schön. Hinse. Okay. Jetzt hol ich mir später. Aber in dem Fall kann ich jetzt mein Schwert wieder aufwerten. Äh, Schmiede Schwert aufwerten. Na, hab ich zu wenig. Points für. Dann behalte ich die Machete doch noch ein bisschen. Zulfs Messenger war einer seiner Menschen. Ich fragte nur, wie viele von ihnen überlebten. Und was genau Zulf ihnen gesagt hat. Okay. Genau, Hochsprung. Den behalte ich jetzt auch in dem Fall. Das finde ich nämlich ziemlich cool. Probieren wir es doch mal einfach aus. So, ab geht's. Ups. Da haben wir Schützenhügel. Ach, für das Teil. Wollen wir da jetzt reingucken direkt? Ach, warum eigentlich nicht? Das ist Trigger Hill. Wo die Armys Elite wurden die höchste Marksmann in der Lande. Ja komm, guck mir davon mal rein, was soll's. Schaden kann's mit Sicherheit nicht. Ceylandias Army nur das Beste. Und das Beste von ihnen, trainiert auf Trigger Hill. Die Triggers glaubten, dass sie nichts ohne ihre Schäden waren. Nothin' beats the feel of shootin' a Ceylandian Army Carbide. Wunderschönen mit der Regen zu machen. Die Triggers hatten eine Beleidung, um ihre Arten zu modifizieren, wie sie wählen. Einige fühlten sich, dass die Reise zu einfach war, also die Triggers ein bisschen spielten. Die Höhle ist ein bisschen steeper, als dass die Kalamitie einen Weg hat. Es braucht Zeit, um ein schnelles Schuss zu sein. Ja. So, zweiter Pass. Was brauch ich denn dafür? Unter 50 Sekunden. Oh gut, das wäre sogar machbar. Komm, was soll's? Machen wir es einfach mal. Unter 50 Sekunden, also muss ich 7 Sekunden schneller sein. Oh, was Trigger Hill. Sometimes he had to shoot from the hip. They had to keep moving to avoid getting burned. The Kid ain't bad, but the triggers were better. Na ja, für zwei Langs gereicht. Etwas Grobes. 135. Hm, ähm, habeter, 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 ähm, nein. Das sehe ich doch gar nicht ein. Ihre Hör psycho ist, nach all den Katzen. So, aber ich fühl... Was ist denn mit meinem Monument los? Muss es kurz... Achso, das stimmt genau, das war ja was zu, weil ich noch keinen neuen Kristall habe. Äh, ja. Deswegen soll es auch mal an dieser Stelle hier für erstmal reichen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. See ya!